So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Eine kleine Infofolge. Es ist ein Tag nach Männertag. Die Männer und die Damens schlafen natürlich noch. Der Ram ist jetzt schon wieder am Arbeiten. Ich warte im Prinzip, dass die alle wach werden. Ich war schon ziemlich früh wach. Ich konnte seit gestern nicht schlafen, weil ich gesehen habe, es ist der Juni-Kalender erschienen. Aber nicht nur das, sondern auch anderes. Wir werden uns aber hauptsächlich darauf konzentrieren. Ich habe nämlich immer hier diese News-Seite dann auf, also die offizielle von Pokémon-Go-Live.com. Geht da ruhig mal hin, ihr habt immer alles in der Übersicht. Zum Beispiel gibt es da jetzt auch den Artikel über die 11. Season der GO-Kampf-Liga. Mit allem, was man als PvP-Spieler wissen möchte. Mit Belohnungen, mit den neuen Rängen, ach, mit den neuen Rangbelohnungen, mit den neuen Posen, mit neuen Artikeln, sonst was. Alles, was es gibt und auch, dass es einen Kampftag wieder geben wird mit Manki. Zum Beispiel am Samstag, der 18. Juni. Außerdem fängt er jetzt, weil die Alola-Jahreszeit vorbei ist, die Season of GO an. Was es da alles für Pokémon gibt und für Eier und für sonst was. Insgesamt, was drei Monate läuft. In diesen drei Monaten wird es natürlich wieder drei Community Days geben. Drei bestimmte komische Events. Verschiedene andere Sachen. Also das ist immer so komplex. Aber generell gibt es immer einen Bonus für diese drei kommenden Monate, der immer gilt. Unabhängig, ob gerade ein Event da ist oder nicht. Das Besondere an der Alola-Season war ja, dass man täglich zwei kostenlose Raid-Pässe hatte. Und das hat vielen Leuten richtig gut gefallen. Das fanden viele richtig fett. Die Jahreszeiten-Boni in der GO-Jahreszeit hingegen sind jetzt erhöhter Bonus-Schaden bei Raid-Kämpfen mit Freunden, einstündige Wirkungsdauer für Log-Module, ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag, ein zusätzliches Bonbon beim Tauschen, garantierte XL-Bonbons beim Tauschen, garantierte Geschenke durch das Drehen von Stops, erhöhter Schaden durch eigene Pokémon in Fan-Raid-Kämpfen und zusätzlich gesteigerte Rauchwirksamkeit beim Gehen. Vieles ist ja jetzt auch schon so gewesen oder ist die ganze Zeit schon so. Was jetzt offensichtlich ausgetauscht wurde, in der Alola-Season gab es eben diese zwei Grades-Raid-Pässe und in der GO-Jahreszeit gibt es statt Pässe einen zusätzlichen Spezialtausch. Das heißt, ihr könnt jeden Tag zwei Spezial-Trades machen. Ich hätte lieber geradet, aber die sind auch nützlich. Ich brauche noch ein paar Legendäre als Hunderter, die jedes Mal Spezialtausch benötigen. Deswegen dazu, was die Jahreszeit sonst noch alles beinhaltet, diese drei Monate, das werdet ihr ja sehen beim Schilling hören oder einfach euch selbst auf der Seite durchlesen. Deswegen kommen wir jetzt auch direkt noch zum Juni-Kalender, denn das ist das, was die Leute immer wissen wollen. Feldforschungsdurchbruch, Rampenlichtstunden, Raid-Bosse, Raid-Stunden, sonst was, was es alles gibt. Und ich glaube, der Juni wird krass, ach, der Juni, der Juni wird krass für die meisten. Ich habe erlebt den dann leider nicht so krass, wie er eigentlich hätte krass sein können. So, was ist das? Pokémon Go Fest 22. Die Go-Jahreszeit ist da, okay. Ab Mittwoch, den 1. Juni um 10 Uhr. Pokémon Go Fest 22. Seid bereit für das Kick-Off-Event zum Pokémon Go Fest. Das weltweite Event findet am Samstag, den 4. Juni und Sonnach, den 5. Juni statt. Kick-Off-Event. Dieses weltweite wird jetzt einfach als Kick-Off-Event bezeichnet. Wie beim Wrestling immer, gibt es auch immer eine Kick-Off-Show. Dieses Spektakel lässt sich auch das mysteriöse Pokémon Schämen nicht entgehen. Das Dankbarkeits-Pokémon erscheinen damit zum ersten Mal im Pokémon Go. Ist also bald. Ihr habt sicherlich alle ein Ticket für das weltweite Go-Fest. Nicht unbedingt für das vor Ort Go-Fest im Juli. Aber für das weltweite. Dürfte eigentlich jeder eins haben. Früherer Zugang zu XL-Bomboms. Das ist auch was, was zu dieser Go-Jahreszeit passt. Das stand auch auf der anderen Seite. Nochmal aber jetzt hier für alle. Mit der Go-Jahreszeit führen wir eine Änderung zu XL-Bomboms ein. Ab jetzt können alle Trainer schon ab Level 31 die begehrten XL-Bomboms erhalten. Bisher war es möglich, ab 40 einen XL-Bombom zu bekommen. Jetzt kriegt ihr schon ab Level 31 einen XL-Bombom. Bei legendären Raids kriegt man ja garantiert drei Stück. Man konnte damit natürlich immer dann Pokémon von Level 40 auf Level 50 pushen. Das war das Besondere. Dafür braucht man XL-Bomboms. Werden sich sicherlich viele freuen. Weitere Events, die bevorstehen. Wir werden wieder eine Abenteuerwoche haben. Vom 7. bis zum 12. Juni. Und ein Crossover-Event mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel. Vom 16. bis 30. Juni. Schreibt euch das schon mal auf. Zu diesen Events wird es später aber natürlich wieder weitere Infos geben. Jetzt die 5er Raids, die ja wichtig sind, wo viele immer drauf geiern. Mittwoch, am 1. Juni geht es auch direkt los. Mittwoch bis Dienstag, 7. Juni. Also theoretisch eine Woche kommt Kyogre. Kyogre, richtig geiles Pokémon. Richtig starker Wasserangreifer. Richtig fett, richtig groß. Hat die gleichen WP wie Groudon. Äh, ist Groudons blauer Bruder einfach. Kann shiny sein. Ist dann schön rosa oder pink oder wie auch immer. Ich habe einen Hunderter. Ich möchte meinen Hunderter auf 50 ziehen. Mir fehlen nicht mehr viele XL-Bomboms. Es würde theoretisch bei mir reichen, die täglichen Pässe zu machen und eine Raid Mania. Dann wäre ich damit leider fertig. Aber ihr habt bestimmt mega Bock auf dieses Teil und werdet da viel raiden wollen. Ich habe nur keine Ahnung wie. Da ja Mittwoch, Donnerstag, Freitag Natururin wahrscheinlich da ist. Wir Freitag nach Gera fahren. Dann Freitag, Samstag, Sonntag und dann Montag erst zurück. Das heißt, es kann eigentlich gar keine Raids für Zuschauer geben. Und ich kann wahrscheinlich auch noch nicht mal eine Raid Mania machen mit Kyogre. Da sind viele enttäuscht, dass sie den durch uns verpassen. Aber das ist halt dann so. Die müssen das ja auch unbedingt während des Go-Festes so reinbringen. Finde ich ein bisschen blöd, ne? Dienstag dann wechselt natürlich, Kyogre geht. Groudon kommt. Groudon auch richtig cooles Pokémon. Finde ich sogar noch lieber als Kyogre. Habe ich auch das 100, da muss ich auch auf 50 ziehen. Brauche ich ein paar XL. Würde mir aber glaube ich auch reichen, wenn ich dann... Äh, die Raid Stunde, also Raid Mania mach und die freien Pässe. Ihr könnt natürlich gerne raiden. Da dürfte auch nichts anderes großartig anstehen. Also da könnte man Raids für Zuschauer machen. Gerade auch an den Wochenenden oder so, denke ich mal. Und das auch ein sehr starkes, nützliches Pokémon. Auch als Shiny erhältlich mit der besten Shiny-Farbe. Wenn immer jemand fragt, welches legendäre Shiny findest du am besten, sage ich immer Groudon. Dann, Donnerstag, 16. Juni bis Donnerstag, 23. Juni. Da wird es dann ganz kriminell. Mewtwo kommt zurück in die Raids. Und vom 23. Juni bis 1. Juli nochmal Mewtwo. Aber hat immer zwei andere Attacken. Weil einmal hat es Psycho-Stoß und einmal hat es Spukball. Es fängt mit Spukball an. Die ersten zwei Wochen, nee, die erste Woche kommt Mewtwo mit Spukball. Jedes Mewtwo, was ihr da fangen aus den Raids hat Spukball, ist ja Legacy-Attacke. Und die Mewtwos aus der zweiten Woche dann haben alle Psycho-Stoß. Auch, ähm, Legacy-Attacke. Ich habe schon mein 100% Mewtwo nach 783 Raids damals bekommen. Es ist auch schon auf Level 50. Für mich da die Gelegenheit, weil es ja zwei Raid-Manias gibt, XL-Bonbons zu sammeln. Und mal ein Krypto-Mewtwo auf 50 zu maxen. Was vielleicht durch die Dauer von zwei Wochen den freien Raid-Passen und zwei Raid-Manias möglich wäre. Braucht ihr noch ein Shiny Kyokre? Ein Shiny Groudon? Ein Shiny Mewtwo? Braucht ihr generell überhaupt noch die Pokédex-Einträge? Schreibt es mal in die Kommentare. Freut ihr euch darauf? Sind auf jeden Fall drei mega starke, mega nützliche, mega coole, mega krasse Pokémon. Da dürfte keiner Langeweile haben. Auch wenn man da was hat, kann man sich ruhig nochmal ein zweites Gutes hochziehen und gönnen. Mega Raids, finde ich. Kann ich jetzt schon sagen, alle theoretisch langweilig. Weil wir haben Mega Stahlos. Ich glaube, der kann einfach gar nichts. Vom 1. Juni bis Dienstag, den 7. Juni. Also solange wie Kyokre da ist, ist auch gleichzeitig Mega Stahlos da. Braucht ihr noch Mega Stahlos? Dann wechselt es Dienstag, 7. Juni bis Donnerstag, 16. Juni, auf Mega Aerodaktyl. Könnte man jetzt vielleicht noch XL-Bomboms, aber nicht durch Raids sinnlos verballern. Wer da noch einen Eintrag braucht oder noch Mega Energie nutzt das. Für mich auch nicht so interessant. Ich habe auch noch nie was mit Mega Aerodaktyl gemacht. Donnerstag, 16. Juni bis Donnerstag, 23. Juni. Also dann solange wie das Mewtwo mit Spukball da ist, gibt es Mega Bisa Floor. Ist ja auch schon mega alt, wie das drin war. Ist trotzdem wenigstens nützlich und stark. Und Donnerstag, 23. Juni bis Freitag, 1. Juli Mega Tour Talk. Auch hier mit Mega Entwicklung. Zwar schon sehr lange dabei. Neue Spieler könnten sich nochmal Mega Energie sichern. Alle sind natürlich auch als Shiny verfügbar nach dem Raiden. Können als Shiny gefangen werden in ihrer Schrumpfversion. Aber brauche ich leider alle vier nicht. Ich hätte mich gewünscht, wenn da sogar nochmal was Neues gekommen wäre. Aber auf der anderen Seite gut, wenn was Neues kommt. Dann hätte man wieder da gestanden. Macht man jetzt Mewtwo oder macht man das Neue? Oder macht man Mewtwo oder macht man das Neue? So konzentriert man sich ja wahrscheinlich hauptsächlich auf die Fünfer. Und bei den Mega Raids nur, wer da halt noch was braucht zwischendurch. Raid Stunden sind dann halt auch so. Ihr seht das ja hier. Einmal Kyogra am 1. Juni. Was genau der Tag ist, wo Natururin kommen wollte. Deswegen, ich weiß nicht. Also streamen kann ich die wahrscheinlich sowieso nicht. Ob unterwegs ich eine Stunde kurz mal trotzdem raiden kann. Die Einladungen trotzdem annehmen kann. Ohne, dass ich das übertragen kann. Aber einfach nur kurz das mitnehme. 8. Juni Groudon. 15. Juni Groudon. 22. Juni Mewtwo. Spukball. 29. Juni Mewtwo. Mew... 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 Mewty. Junu. Mit Psychostoß. Pokémon. Im Feldforschungsdurchbruch ist diesmal Klick. Ist cool. Kann shiny sein. Kriegt ihr ja sonst eigentlich nur aus Eiern. Oder aus Einer Raids. Aber habe ich jetzt in den Einer Raids schon länger nicht mal gesehen. Kann shiny sein. Brauche ich noch einen Hunder da für die Familie. Sieht als shiny richtig cool aus. Aber ansonsten ist das eigentlich auch ein Pokémon, wo man jetzt nicht unbedingt was mitmacht. Und die Rampenlichtstunden haben wir dann auch hier aufgelistet. Dann sind die Dinge nämlich um. Wir haben Nasknet mit doppelt Fangbonbons am 7. Juni. Wir haben Mantax mit doppelt Verschickbonbons am 14. Juni. Und wir haben Weberack mit doppeltem Entwicklungs-EP am 21. Juni. Am 28. Gibt es was, was noch nicht bekannt ist. Aber was shiny sein kann. Ich tippe darauf. Da ist Pikachu drin. Weil da wird es ja dann dieses Event geben für die Pokémon Go Karten. Für das Trading Card Game. Und es wurde ja letztens, habe ich ja ein Video gezeigt, über ein Pikachu mit einem blauen Cabby mit zwei Pokémon Karten drauf. Und dass es vielleicht bei diesem Event released wird. Vielleicht kommt dieses Pikachu also in diesem Event rein. Und kriegt dann auch eine Rampenlichtstunde. Dass ihr die Chance habt, dieses Pikachu als shiny zu bekommen. Deswegen hier Fragezeichen. Aber shiny in der Rampenlichtstunde steht ja schon fest, wenn man das hier sieht. Das ist mein Tipp. Was denkt ihr? Seht ihr das auch so? Und auf was freut ihr euch am meisten? Nasknet, Mantax, Weberack. Ich glaube, Mantax fände ich am coolsten hier als Pokémon. Aber Bonus weiß ich nicht. Bis jetzt kein Sternstaubbonus dabei. Hier mit Doppelstaub beim Fang oder so. Die werde ich wahrscheinlich alle wieder nicht spielen. Und trotzdem freue ich mich auf Kyokre, auf Groudon, dass ich endlich meinen 100er hochziehen kann. Was sind eure Favoriten? Was werdet ihr raiden? Werdet ihr Megas machen oder nur die 5er? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. First, Ich bitte. Für die